Herzlich Willkommen zum Dela Kochstudio. Küchen-Coccolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delaanistan. Hallo und herzlich Willkommen zum Dela Kochstudio. Ich habe wieder meinen wundervollen Assistenten bei mir, den Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Ja, was wollen wir heute machen? Es ist ja kurz nach Neujahr, es ist draußen Schnee, es ist kalt, es ist alles eklig und wir brauchen ein bisschen Flausch für die Seele. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache uns heute ein Kaffee, Trinken, Frühstück, irgendwas, Dingsi, sowas ähnliches wie Arme Ritter, glaube ich. Ist das Arme Ritter? Wird sich zeigen, ich weiß ja nicht genau, was du brauchst. Der Plan ist der, wir haben hier mehrere Toastscheiben. Diese Toastscheiben habe ich, also ich habe immer vier genommen. Von diesen vier Toastscheiben habe ich zwei, jeweils ein Quadrat in der Mitte ausgeschnitten und quasi zwei intakte Deckscheiben. Dadurch bekommt ihr einen Toastbrotwürfel und dieser Toastbrotwürfel hat innen drin ein Loch, das gefüllt werden kann. Genau. Und von einer Seite ist das zugänglich. Genau. So, und der Gedanke ist der folgende, ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Der Gedanke ist der folgende, wir werden jetzt eine kleine Mischung angenommen aus Milch, Ei und Zuckerzimt. Diese Mischung werden wir dann auf einen Tellerchen schütten und quasi den Toastwürfel in dieser Mischung panieren gewissermaßen. Meine Hoffnung ist die, dass dadurch, durch das Ei, wenn es dann in der Pfanne ist, das Ganze gerinnt bzw. bindet, dadurch eine Dichtungsschicht macht und das Toastbrot herum. So, und dann müsste das meines Wissens nach eigentlich dazu führen, dass man dieses ausgehöhlte Stück innen drin füllen kann mit Quatsch. Und mein Gedanke wäre gewesen, dass wir das füllen mit Himbeeren, ich habe hier gefrorene Himbeeren, und mit Salzkaramelleis. Weil ich habe noch Salzkaramelleis, und da glaube ich, passt das ganz gut dazu. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Nun gut, dann schreiten wir zur Tat. Ich habe vorschlagen, lieber Frau Assistent, du machst einmal die Herdplatte an, schmeißt auf den kleinen Pupf die Himbeeren und ein kleines bisschen Zucker, den gebe ich dir. Hier, da auch tatsächlich nicht allzu viel Pizza drauf, nur ein bisschen. Und unten auch Pizza, da kommt dann immer rein. So, ich habe währenddessen bereits ein Ei aufgeschlagen, habe eine Milchpackung, die vor mir stehen, und eine kleine Tasse. Und jetzt verrühren wir das Ganze endlich. Es kommt dabei eine recht zimtfarbene Brille raus, würde ich sagen. So, diese Mischung kippen wir jetzt auf ein breiteres Tellerchen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Toastscheiben, zweckstattig, zwecken mit Rouladenadeln quasi zusammengepinnt, damit es leichter ist, ja, ihr wisst schon, das Ganze anzufassen, beziehungsweise dann... ...ein zu tun. Genau. Ich halte auch noch eine kleine Zugfunktion. So, eine Ditsche. Nein. Ich würde erst die Seiten, dann oben und unten in den Zweig durchgehen, wenn das andere schon gebacken ist. So, mein Assistent, die können wir mal wieder in den Zweig, okay? Gleich Kühlstuch für die Scheibe. Das hoffe ich dann jetzt in die herzen Pfanne und dann quasi erst die Seiten anbraten. Aufwand machen? Ja. Die Seiten anbraten und dann hoffen, dass das funktioniert. Genau. So, ich nehme jetzt dieses vorbeleitete Boot, stecke die Rouladenadeln einfach mal da durch, damit ich es besser greifen kann. Dann kommt es jetzt in die Pfanne, die hoffentlich heiß genug ist. Dem Geräusch nachher. Es brutzelt, das klingt gut. So, das waren jetzt 30 Sekunden und ich finde, das reicht doch nicht. Jetzt waren wir nur mutig. Das war auch gemacht, das muss reichern, das muss reichern, das muss reichern. Na, nachraten. Denkst du, die Menge überreicht? Oder würde das von mir besser werden? Ja, aber für das sollte es reichen. Okay. Jetzt bin ich mit dem Zell durfeneinander gekommen, aber... Meine Hoffnung ist ja, dass das dann für die Ober- und Unterseite auch funktioniert, ohne die Rouladenadeln. Genau, das ist total. Genau. Weil es dann zusammengeklebt ist. Das riechen tut es schon gut. Ich glaube, wir haben schon einen leichten, super Zimps-Geruch mit dem Zell da. Da könntest du auch ganz klein wieder reinkippen, wenn du glaubst, dass das passiert. Ich glaube, es gibt zu genug, aber das geht doch jetzt besser. Ja. So, das ist jetzt bestimmt auch gut, das war vielleicht ein bisschen schief. Das glaube ich nicht. Dieser Rouladenadeln ist heiß. Ja, Profis könnten das auch mit Zollstäbchen machen, wir hatten nur keine. Da kann man immer direkt kühl. So, wie ist es kalt, die kalt hat es mir eben. Vorsicht, da hinten fällt es auch so runter. Und so quasi, aber auch so. Genau. Aber das kann ich ja jetzt eh, wenn du die Seite umdreißt. Das heißt, wir werden jetzt die Breitintervalle einfach ein wenig verkürzen. Das heißt, wir werden jetzt die Breitintervalle einfach ein wenig verkürzen. Ich würde vorschlagen, du schmeißt es dann auf den Teller erstmal und ich versuche, noch eine Schicht Ei obendrüber zu streichen. Für die Rückseite. So, ich dachte, wir tun es auf einen anderen Teller, wo man für auch keinen Eindruck ist. Und jetzt sehen hier die Rouladenadeln auch mal aus. Ja. Und machen wir mit dem weiter. Dann kann das ein bisschen abkürzen. Okay, gut. Ja, gut. Ich denke, jetzt kannst du es rausnehmen. Oh, das sieht doch gut aus. Leicht auf die Rouladenadeln. Einmal feilt das Wasser, damit Wasser anfassen soll. So war das klar. Hoch auf Wärmeleitfähigkeit in meiner Richtung. Nein, ich habe auf gar keinen Fall Wasser in das Müll gefritzt. Alles verlautung. Das ist aufhört, nur die aufräte Räntung. So. So, das sieht gut aus. Letzte Seite. Das ist auch nicht zu braun. Ich finde, das hat einen sehr angenehmen Brünungsgrad. Aber ich finde auch, das andere ist nicht fair brand. Es ist recht dunkel, aber nicht in einem Maße, dass es nicht mehr verzerrbar wäre. Na, es ähnelt an Schornsteinfieger, aber trotzdem ist alles gut. Aber die staatliche Integrität scheint gewahrt zu sein. Das ist sehr gut. Und die Unterseite anpassen. Auf der Ecke. Jetzt ist die Frage, wollen wir die Rückseite noch beschreiben? Oder? Die Rückseite möchte ich zumindest, weil du willst da ja früher mit reinkommen. Ja. Und dann kommst du und sucht die Wurst durch. Genau. Das wollen wir ja nicht. Genau. Das war's. Das war's. Das war's. Warte, ich hole einfach den Tonnen zu uns. Ja. Nein, das passt nicht. Fällt auseinander? Es ist zu breit für... Ah. Ich dämpfe einfach und verteile es mit dem Spatel. So hätte ich gesagt. Aber sowieso. Jetzt machen wir erstmal diese Seite. Ja. Okay. Okay. Ich denke, in der He goes. Es wird ein wenig sehr spritzen, aber ich weiß nicht. Ziemlich dunkel. Ich weiß, was die Unterseite ist. Ne, das hat sich keine Unterseite. Hm, was ist das? Zwei, zwei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hm, ich habe noch was. Ja, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, so war ich so. Ja. 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 Du würdest aber auch nicht sagen, dass es zu dunkel ist, oder? Ja. Ja. Wunderbar. Die Rückseite hast du schon? Ne. Das wird doch ein bisschen verteilt. Ja, und sie machen. Ja,probleme. Ja. Ja. Wenn mal was. Ja, was wollte ich nicht machen. Ich hab keinen Praterhähl sortiert. Das macht nix, wir behaupten das jetzt einfach in Selbstkaramell. Das macht zum Glück mal ein bisschen. Ich denke es kann los. Oh ja. So, in den Türfachfass. Das ist unten eis drin, ganz unten im untersten Fach. So, in den Türfachfass. So, es wird eine Teile aufpacken. Und das ist normal so geil. Jetzt eis mit dem Kiel zu befreien und in zwei Teilen zu basteln. So, ich würde erst eine kleine Stimme einbauen, dann das Eis und dann ein bisschen. So, ich denke es ist ein bisschen. So, ich denke es ist ein bisschen. Nein, wenn ich brauche. Meck das Freitapfel äh, Freitähnchen gewürzt auch noch nie mal. So, ich denke es ist ein bisschen. Ich denke es ist ein bisschen. Ich denke es ist ein bisschen. So, und. Ich denke es ist ein zweiter Streichfluss. Naja. Es wird manchmal etwas schmaler ist deswegen. Man ja ein bisschen mehr. Gewalt anwenden muss. Präzision wollte ich sagen. Gewalt könnte auch gehen, was ich natürlich nie tun würde. So, dann brauche ich wieder den Teller. Du hast im Kühlschrank Sprühser, oder? Ja. Und dann wäre das ein bisschen wie ein Kühlschrank. Ich glaube unsere Zuhörerhauptschaft kennt uns beide lange genug, um eine entsprechende Fantasie entwickelt zu haben. Ihr tut mir leid. Ist die noch gut? Ja. Süß und satt. So. Jawohl. Jetzt bitte ich hier mit um die Einfüllung der Sahne. Ich hätte jetzt tatsächlich auch in die Mitte, dass es so ein bisschen gesteckt ist. Die Flüge. So, es wird nun serviert. Damit danken wir für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Und wir hören uns gleich zum Kosten wieder. Bis dann. Ciao. So, da sind wir wieder zum Kosten. Und ich würde sagen, nein, der Assistent hat die Ehre des Anschnitts. Ah, der Vorkoster zur Platzentsicherung und Lebensbewahrung im Falle einer Vergiftung. Richtig. Ja, okay, hier ist keine Füllung, aber egal. Also, um ein wenig dunkel. Dunkel, das schmeckt man auch, aber das ist okay. Schmeckt wie klassischer Amaretta. Nun, als Innere. Hm. Ich würde sagen, Salzkaramelleis und Himbeeren ist eine durchaus gute Mischung. Ich glaube, das war eine echt gellige Idee. Hm. Damit bitte ich uns zu entschuldigen, wir haben hier eine Nachsituation zu bewältigen. Dann würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.